Hallo und ein herzliches Willkommen zum Infovideo zu unserem Community-Server. Ja, ihr werdet wahrscheinlich schon gelesen haben, irgendwie, hä, Community-Server? Da wissen wir ja gar nichts von. Ja, das war dieses mysteriöse Projekt, an dem ich die letzte Zeit gearbeitet habe. Ich habe das ja schon im Resort gesagt, dass ich an einem etwas größeren Projekt momentan dran bin und deswegen mussten diverse Dinge so ein bisschen zurückstecken. Und ja, aber jetzt sind wir endlich fertig. Der Server ist fertig. Es kann drauf gespielt werden. Ja, das wir. Wir haben wirklich lange an dem Server gearbeitet. Das waren jetzt einige Wochen. Und wir waren Emi, der Sebastische, Nanni und der Wusimu. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch, ganz besonders an die Emi und an den Sebastischen. Also die beiden haben mir wirklich enorm viel geholfen mit dem Aufbau und auch jetzt zum Ende hin eben mit dem Testen, was funktioniert noch nicht, was muss noch gemacht werden, was habe ich vergessen. Also alles so Kleinigkeiten. Die beiden haben hier wirklich eine Woche oder zwei Wochen mittlerweile, glaube ich, schon intensiv gespielt, um eben Fehler zu finden und so weiter. Und ja, haben mich da wirklich viel unterstützt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an euch beiden. Die vier sind auch Supporter hier auf dem Server. Also falls ihr irgendwelche Probleme haben solltet, sind das eure Ansprechpersonen. Ja, aber wie kommt ihr denn hier überhaupt her? Also um auf diesen Server zu kommen, müsst ihr mich eigentlich nur anschreiben. Über Discord? Ja, ich weiß, Discord hat nicht jeder, aber das ist hier in diesem Fall zwingendst Voraussetzung. Liegt daran, dass YouTube ja nun schon seit einiger Zeit kein Nachrichtensystem mehr hat und deswegen nutzen wir da jetzt Discord ja auch schon seit einer Weile. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Discord ist für euch völlig kostenlos. Das könnt ihr sogar auf dem Handy nutzen. Also das ist eigentlich für jeden unproblematisch. Ja, also Discord müsst ihr haben und dann schreibt er mich einfach an und sagt, ja, ich würde gerne auf den Server spielen und natürlich euren Minecraft-Namen bräuchte ich und vielleicht auch wie lange ihr Abonnent seid bzw. euer YouTube-Name, damit ich gucken kann, seid ihr wirklich Abonnent oder eben auch nicht. Weil dieser Server soll eben ausschließlich für Abonnenten sein. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass ihr nicht irgendwelche Freunde oder so mit hier auf den Server holen könnt, sondern wirklich nur Abonnenten. Ja, das ist einfach, weil wir haben uns dafür entschieden, hier eben einen Community-Server zu machen und der soll eben dann auch, wie gesagt, ausschließlich für die Abonnenten sein und die Plätze, die wir hier haben, sondern eben auch für die Leute zur Verfügung stehen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie komme ich rauf genau? Discord, das hatte ich gesagt. Ja, es kann eine Weile dauern, bis ihr auf den Server raufkommt. Wir haben nicht so viele Slots. Ich begrenze das jetzt am Anfang erstmal ein bisschen. Gar nicht, weil der Server klein bleiben soll, sondern damit wir den Überblick behalten. Wir haben hier kein Bucket-Server, wir haben einen Vanilla-Server. Das heißt auch, dass eben die Sicherung der Welt auf eine andere Art und Weise funktioniert und eben nicht über ein Word-Guard-Plugin oder sowas. Und deswegen ist es für uns eben auch wichtig zu gucken, wer ist okay, wer baut scheiße. Ja, dass wir eben die Leute, die sich nicht an die Regeln halten und halt nervig sind und so, dass wir die halt auch aussortieren können und dann eben vom Server bannen. Das wird auch recht schnell passieren. Meine Supporter sind dazu angehalten, recht schnell die Leute zu bannen. Die letzte Entscheidung liegt natürlich immer am Ende bei mir, aber ihr werdet, wenn ihr Mist macht, vom Server gebannt. Das geben wir uns nicht, da haben wir keine Lust zu. Wir haben hier ewig lange dran gebaut und das dann kaputt machen zu lassen oder so, da haben wir keine Lust zu. Das machen wir nicht mit. Ich denke, brauchen wir nichts weiter zu sagen, ist jedem klar. Genau, also Discord braucht ihr und dann könnt ihr hier auf dem Server spielen. Genau, die 1.15.2 heißt auch Java-Edition. Also mit dem Handy könnt ihr hier oder mit der Windows-10-Edition könnt ihr hier nicht auf den Server. Also nur mit der PC- bzw. Java-Edition von Minecraft. Okay, so, nun will ich euch aber ein bisschen was zeigen, wie ihr jetzt hier draufkommt. Wisst ihr, das haben wir jetzt, glaube ich, genug erklärt. Ja, dann zeige ich euch doch mal hier so ein bisschen den Server. Das hier ist unser Spawn. Hier kommt ihr an, wenn ihr das erste Mal auf den Server jointt, kommt ihr genau hier unten drinnen halt an. Hier haben wir einmal den Zugang zum Neta. Da gehen wir nachher nochmal hin. Hier ist irgendwie... Hallo, Fischi! Hier ist dann... Ja, das sind halt alle Spieler, die auf diesem Server eben spielen. Und da kann man sich dann eben zu den einzelnen... Ja, einzelnen Gebieten hinporten. So, hier hinten haben wir Verkäufer. Ich fliege mal schnell hier hin. Hier haben wir Verkäufer. Ach, die verkaufen einem so allerlei Zeug. Ähm, was verkaufst du, Erde? Genau. Also hier kann man sich einiges kaufen für Neta-Sterne bzw. Pekunias. Das wird noch angepasst. Hier haben wir einen Käufer und der kauft dann eben allerlei Zeugs und da kann man sich eben auch Pekunias verdienen. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Stehen, der kauft eben auch Zeug. Hier haben wir eine kleine... Ja, eine kleine Kugel. Also eigentlich eine große Kugel. Eines wäre. Und hier drinnen könnt ihr Monster farmen. Also hier spawnen einige Monster. Die man dann, ähm, ja, die man töten kann. Und der Loot ist ganz, ganz wichtig für euch. Denn, ähm, vieles kann man gar nicht kaufen, sondern sich nur erfarmen. Sowas wie, äh, Tiere zum Beispiel. Könnt ihr euch, äh, auf diesem Server jetzt nur erfarmen. Denn, äh, hier haben wir einen Tiervermittler. Und der verkauft Tiere gegen Grundgestein. Und das Grundgestein, das wiederum trocken die Monster. Hier in dieser Sphäre und auch im Neta. Ähm, ja, und damit könnt ihr euch dann eben die, äh, Tiere kaufen und auch eure Gebiete erweitern. Und das zeige ich euch gleich. Jetzt gehen wir erstmal zum Neta rüber. So, da sind wir hier jetzt, ähm, in dieser, im Neta-Gebiet. Gerade eben waren wir da hinten drinnen. Also, ne, man sieht schon, es ist ein bisschen, ein bisschen groß hier. So. Und hier ist eigentlich genau das, äh, gleiche. Ne, also hier spawnen Monster drinnen. Und auch die kann man dann eben farmen. Und die, ähm, lassen dann eben auch einige Dinge fallen, die man so brauchen kann. Ähm, genau. So, dann gehen wir wieder zurück zum Spawn. Es ist gerade schön dunkel. Ich finde, es leuchtet hier alles so toll. Es gefällt mir so. So, genau. Dann, äh, gucken wir uns doch mal die Spielgebiete an. Gehen wir mal auf meine, in meine Insel, meine Sphäre. So, das hier sind jetzt die Baugebiete. Ich zeige euch das mal eben von außen. Jeder von euch hat quasi hier so ein Gebiet. Diese große, äh, Sphäre habt ihr von Anfang an. Und die kleinen, die könnt ihr euch nach und nach, äh, freischalten. So, dann wollen wir mal reingehen. So, also wenn ihr draußen auf das Schild, äh, klickt, dann werdet ihr automatisch in eure Sphäre reingeportet. Ähm, euer Game-Mod wird auch, ähm, umgestellt dann auf, ähm, Survival, damit ihr dann eben auch hier drinnen, ach, das wollte ich gar nicht, damit ihr hier drinnen dann eben auch, ähm, bauen könnt. Und, ne, das ist dann eben, wie gesagt, das erste Gebiet irgendwie, das hat man halt gleich von Anfang an. Hier gibt es dann so kleine Zugänge zu den anderen Sphären. Und dort findet ihr solche Schilder und immer einen roten Wollblock. Und auf diesen Wollblock müsst ihr dann ein Grundgestein platzieren. Dieses Grundgestein, haben wir ja schon erläutert, droppen die Monster. Das heißt, ihr könnt euch diese, ähm, Zusatzinseln gar nicht mit Geld freischalten, sondern ihr müsst tatsächlich Monsterfarmen gehen, um eben dann, ähm, ja, die Zugänge hier euch freizuschalten. Okay, ähm, das wird euch aber noch, wenn ihr da noch Fragen zu habt, noch genauer erklärt werden. Dafür sind dann, ja, die Supporter oder auch ich, äh, da. Die Insel kann man hier ganz normal verlassen. Und überall gibt es auch, ähm, eben solche Schilder, die einen wieder zurück zum Spawn bringen. Denn, ähm, wenn ich euch das gleich mal zeige, das ist wirklich weitläufig hier. Es ist schon alles recht groß. So, hier habt ihr die Möglichkeit, mir wieder, ähm, Spenden, ähm, fürs Resort zu, ja, zu geben, zu spenden. Ähm, hier könnt ihr dann eben, ähm, ja, wieder die, eure Spendendruhen reinpacken für den Spendendruhen Mittwoch. Deswegen hatte ich auch unter anderem den Part, ähm, Resort von Donnerstags auf Mittwochs geschoben. Weil ich einfach diesen, wir hatten damals, ich glaube, es war auf Octria gewesen, den Spendendruhen Mittwoch. Und, ähm, ach, ich fand den so toll und will das einfach wieder haben. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir wieder einen Spendendruhen Mittwoch. Und, ähm, ja, deswegen ist das Resort verschoben auf dem Mittwoch. Hier ist ein kleines Buch, da könnt ihr, ähm, alles nachlesen, was ihr so wissen müsst hier. Und, ähm, ja, hier ist Muli, Lenya, eine Kuh, ein Schweinchen. Also, das ist, denke ich, ähm, selbsterklärend, ne? Wenn ihr dann hier auf dem Server spielt, könnt ihr da gerne ein paar Sachen spenden. Okay, ähm, jetzt muss ich mal eben schnell meinen Game-Mode wieder umschalten. So, dann zeige ich euch das Ganze hier mal von ein bisschen weiter oben. Also, das ist jetzt mein Gebiet. Hier, ähm, wäre dann dies frei. Dies, das hier ist, glaube ich, Emmy ihr Gebiet, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, also, ihr seht schon, es ist, äh, wirklich, wirklich groß hier. Da haben wir ordentlich, ähm, viel Platz zum Bauen. Also, jeder hatte ordentlich viel Platz zum Bauen. So, ich will jetzt aber gar nicht mehr so mega viel erzählen. Ich, äh, glaube ich, habe sowieso die Hälfte vergessen. Ich bin da ganz, ach, ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich da so drauf, euch endlich eben sagen zu können, ja, ihr könnt hier drauf. Und ich freue mich wirklich auf die ersten Spieler hier auf dem Server. Und ich hoffe, dass das einfach, ähm, ja, dass alles glatt geht und wir hier eine tolle Zeit zusammen haben. Ähm, es werden natürlich Aufnahmen gemacht werden hier vom Server. Aber ich werde jeden Freitag, werde ich jetzt, ähm, ein Video vom Server machen. Entweder meine Insel oder eine von euch. Ähm, das werde ich immer spontan entscheiden. Also, wenn ihr hier auf dem Server, ähm, spielt, dann, ähm, ja, müsst ihr auch damit leben, dass ich eventuell eure Sachen zeige. Na, also, das ist dann, das suche ich mir aus. Das ist nicht so, ja, du kannst meins jetzt zeigen, sondern ich suche mir das einfach aus. Ich suche mir jede Woche eine Insel aus, die ich einfach eben spontan mal zeige. Oder eben auch andere Dinge, je nachdem. Okay, gut, dann, ähm, will ich jetzt aber hier, äh, das Video beenden. Alles Notwendige findet ihr in der Videobeschreibung den Link, äh, zu, also zu unserem Discord-Server. Dort schreibt ihr mich an. Mich bitte persönlich anschreiben, wenn ihr euch, äh, bewerbt. Und, ähm, genau, und dann, äh, klären wir alles Weitere. Okay, dann, ähm, ja, wie gesagt, beende ich jetzt an dieser Stelle. Ich freue mich wirklich, ähm, sehr darüber, dass wir hier wieder ein Community-Server haben. Ähm, und, ähm, ja, ich freue mich schon auf eure Bewerbungen. Also, ähm, ja, bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.